Leute, wenn ihr mitmachen wollt, Ingame-Name einfach in den Chat reinschreiben. Und jetzt kommt's, Alter. Pantheon gebannt. Dann bin ich voll traurig. Man nimmt keinen Conqueror. Diese Dark Harvest-Seite ist meine neue Lieblingsseite, die ich sehr stark finde. Ich hab leider noch nicht gegen alle Match-Ups Erfahrung. Aber generell ist das Ding bei Conqueror... So, ich will mit meinen Gegnern meine ersten Rotationen gefühlt so platt machen, dass ich den Fight schon gewinne. So, deswegen mag ich Conqueror nicht. Vielleicht gegen Hardtanks ist es fein. Vielleicht dann ist es fein. Aber sonst, dann würde ich halt auch lieber Press-E-Tech vielleicht mitnehmen. Ey, oh, Kimpai, was geht? Ey, ich hab Turbo-Gen-Tit, Mann. Ich bin wieder Platin 1, 0-LP, ein fucking TFT. Geht mir so auf den Sack, Mann. Schwöre dir, ich krieg's irgendwie nicht hin, auf Platin zu kommen. Ich beschäftige mich zwar nicht mehr richtig mit dem Game und spiel eigentlich immer dieselbe Comp, aber es tut trotzdem weh. Aber ich glaub, ich sollte irgendwie Dragon-Abusen oder sowas. Warst du schon kurz? Ich war... Platin 1, 70-LP war das Höchste. Lass zusammen dir rushen. Ey, das macht keinen Sinn. Wenn wir beide im selben Game sind, ficken wir uns gegenseitig ab. Also, du bist schon eine attraktive junge Frau und so, ne? Aber nicht auf diese Art und Weise. Lass mich einfach gewinnen. Nee, so läuft das nicht ab. Okay, pass auf, Leute. Ich geh vor, ich geh zurück. Er macht Kuh, ich gewinne. Alter, kannst du mich mal kuhnen, du Penner? Okay, so hab ich mir das nicht vorgestellt, aber ich nehm's an. Was ist ein Kuh-Kuh dann überhaupt? Der ist nicht so hoch, oder? Hehehe, hehehe. Kleine Arschgeige. Oh, lol. Ich bin voll reingelaufen. Pass auf, Leute. Wir machen Big Brain Move. Wir skillen W. Denn immer, wenn er Kuh macht, können wir wieder reinspringen und sagen, piss dich, Alter. Geil. Oh, das schmeckt, Leute. Oh, scheiße. Er ist Level 3. Oh, zu mir kann er den nicht getroffen. Jetzt ist er tot. Ey, er ist nicht tot. Arschgeige, Alter. Ich hasse Dario-Spieler. Fuck, krieg ich die Wave noch reingecrasht? Easy, boy. Ah, das schmeckt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, easy. Giechig. Okay, das Matchup ist actually nicht so schwer. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so smart ist. Holy shit, ich hab meine Fero-E gemacht. Äh, what? 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 Fuck. Fero-E, Rengar-Flashbacks. Ja, ich weiß nicht, wie ich seine Ressource nennen soll. Für mich ist das eine Fero-Ressource. Ich als Rengar-Main muss ja meiner Linie treu bleiben. Leute, eine Sache, die wichtig ist, die ich gelernt hab mit Pantheon. Ihr benutzt Rolte kaum, um zu roamen. Das ist ein Teleport für euch. Skypen wir noch kurz. Oh, der Scheiß schon wieder. Kenne Minion noch, bevor ich... Nein, Kenne Minion. Fuck. Nein, es wird sterben. Hello, darkness. My old friend. Willst du jetzt Pantheon-One-Trick? Ich mag Pantheon sehr. Er hat keine Hosen an. Schau dir das an. Das könnte ich sein. Ist jetzt auch ohne Hose hier. Eine Sache schon mal, die ich mit ihm gemeinsam habe. Ne, vom Körperbau her sieht das natürlich auch gleich aus. Ich seh da kaum einen Unterschied. Also, ich seh... Ich seh mich in Pantheon wieder. Ich... Weißt du? And so I climb it. Für die Horde, Leute. Für die motherfucking Horde. Oh, wo ist sie? Oh, hi. Ja, wo sind die hin? Ich hab die nicht... Hat der Nocturne mich gerade gefickt, ohne dass er mich ficken wollte? Er hat mich gerade gefickt, ohne dass er mich ficken wollte. Du dreckiger Bastard. Pass auf, Leute. Ich zeig euch jetzt den Smurf-Move, okay? Nein! Nein! Alter, nee, nee. Oh. Ich glaub, ich bin tot. Nein! Oh. Ich bin Smurf. Oh, ich bin... Ich bin Smurf. Nein! Leute, das ist ein Viewer von mir, ne? Das hier ist keiner von mir. Das auch nicht. Ey, yo, ihr seid alle am Fienden. Versager, scheiße. Also, passt auf, Leute. Waren meine Moves, waren die gut? Ja. Waren meine Skillshots gut? Darüber reden wir nicht. Oh, lol. Er ist Big Brain Smurf. Oh, oh. Okay, ich integriere voll rein. Hä? Hä? Ich kann den Tower auch alleine... Ja, egal. Trotzdem, danke. Weißt du, Leute, er will eigentlich nur mein Tower-Gold haben. Arschloch. Ich glaube, die Aurinan-Spieler haben vergessen, dass er nur TFT gut ist. Seine Win-Rate in der Rift soll ja richtig giga-trash sein. Aber Shyvana TFT ist so broke, ne? Das ist unglaublich, Leute. Äh, äh, Hextech-Gunblade, Warmox, dann noch, dann noch Dragon-Buff. Und dann das letzte Item ist eh scheißegal. Die fickt alles komplett weg. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ich bin tot. Ja. Meine Ehe war noch nicht ready. Uh. Mio. Puh. Bruder, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Oh. Lass mich rüber. Das ist Dex. Oh, nein, nein, nein. Die Scheiße mach ich nie nochmal mit. Okay, Leute. Eigentlich sollten wir uns Cleaver kaufen, ne? Wenn wir Cleaver haben, können wir den Darius wieder im 1 gegen 1 nehmen. Ähm. Und ein bisschen CDR und dies, das. Aber wir sind Männer Spartas. Und wenn ihr ein Mann aus Sparta seid, macht ihr männliche Sachen. Ihr macht immer das, was schlecht ist für euch, um damit eure Männlichkeit zu beweisen. Macht Sinn, oder? Bam, Alter. Männlichkeit wurde heute mal wieder... Bewiesen. Sparta. Oh. So, denkt ihr? So, so Frauen aus Griechenland wollen irgendeine Nenormi haben. So, uh, guck mich an. Ich bin 10-0 und ich hab Soraka 1 gegen 1 gekillt. Uh. Nein, Mann, Alter. Du gehst hin und wenn dich dann der Türsteher fragt... Wie hart bist du? ...dann sagst du, Alter, du hast den Mirai-Niki bis zum Ende angesehen und du hast nicht geweint. Bitte? Tut mir leid, dass wir warten mussten. Ich hab geweint, Leute. Ich fand das Ende echt traurig. Ein Job muss auch beendet werden. Ey, yo, go, gönn die Ringer. Ringer! 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 Leute, abgestackt haben wir den. Abgestackt haben wir den. Für Stacke ich immer rein. Ist das Retail oder Classic? Ich spiel Classic. Retail ist Kacke. Also, ich mag das gar nicht. Das ist... Retail ist nicht das WoW, in das ich mich damals verliebt hab. Es ist nicht das WoW, wo meine Mutter und ich stundenlang Welle hatten, wo sie mir das Internetkabel rausgezogen haben und ich sie Hure genannt hab. Leute, kleiner Tipp für euch. Sag nicht zu eurer Mutter Hure. Digga, was für Geh-Weg. Heute wird Respekt beigebracht. Lass mich doch kurz... Wo ist meine Kuh? Wann hab ich gecued? Hallo? Wann hab ich gecued? Hallo? Hallo? Was sind die noch hier? Digga, sag mir nicht, dass ich hier drinnen jetzt nicht sterben soll. So, Leute. Also, entweder bauen wir jetzt normal. Guck mal, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten normal bauen und sagen, komm, Alter, ich hole mir Black Cleaver. Oder aber wir bauen wie Männer und wir holen uns einen Last Whisper. Also, wenn ich dann da mit meinem Luris ankomme, Bam, Alter, True Damage. Armor Penetration einfach auf 100. Leute, als Spartaner müsst ihr auch gegen Geister kämpfen können. Hä? Warum hat das gerade eben so komisch geleckt? Und jetzt, meine Freunde, das tun wir auch nochmal für Sparta. Oder lebt ihr immer noch? Ah, okay. Ey, Bruder, es war jetzt ein Prank, okay? LOL! LOL! Er... Er wollte den Noctur nicht mal, äh, hooken. Er wollte, glaube ich, Luz schon das so hooken. Und dann ist der Noctur reingesprungen. Warte. Oh, shit! Vernichtet! Oh, ich hab so viel Damage rausgehauen. Krass. Alter, das war... Der Damage, der war echt lecker schmecker. LOL! Kriegt das noch hin? Go, Renga! Ah, es ist vorbei! Bis zum nächsten Mal.